Ok, leg los. Was musst du sagen? Sag anstelle, wo wir sind! Sag kurz bitte! Sag einfach... Sag einfach... Du nimmst schon auf. Was soll das? Hallo, herzlich willkommen zu The Crew Off von Topsy Turvy August. Los geht's, oder? Direkt, oder was? Leck an den Eiern. Leck an den Eiern. Topsy Turvy, die Outtakes mit den Details von den Details. Was denn? Wir machen schon ein paar Aufnahmen. Das ist für eine fette Buche. Das ist gut. Das ist schmankert. Sieht ja toll aus. Ich glaube, wir sind jetzt warm jetzt heute. Du musst mir doch auch noch ausschauen. Ja, die Haare müssen fettig werden. Ein bisschen ungeflickter. So, unser Hauptdarsteller wird jetzt hier professionell von der Maske noch ein bisschen vorbereitet. Dann ist er auch bereit für den Dreh. Ja, 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 ja. Das ist übrigens deutsche Markenbutter. Er hätte Öl nehmen sollen und keine Butter. Er ist erfrischt. Da hab ich noch ein bisschen mehr. Das ist super. Ich werde mal Friseur. Tränen muss da noch so rein so. Das wird's. Das wird's, was ich sagen. Butcher-ri-perne. Zieh ich das Ganze? Butter-ri-perne. Das Gefühl. Das einmassiert wird. Das riecht. Ist das nicht schnell? Schmuck mal. Wenn es ein bisschen fehlen, mach ich mal etwas. Halt deinen Maul. Das ist geil. Das ist richtig gut. Spannung. Diese ganze Weste und Hemd. Was dann machen wir hier, oder? Mein Gehirnschwörter. Wie er sich freut. Wie er sich freut. Kannst du ihm noch einen Bart schminken? Einen Bart schminken? Ja. Du hast eine persönliche Zeit schon, gell? Ja, auch in der Brühe. Nein. Nein, nein, du sagst nicht. Nein, du sagst nicht. Nein, du sagst nicht mehr. Nein, in zwei Stunden schon verschiedene Romen. Ich muss vergessen. Das ist schmatisch. Also, du kannst gleich ein bisschen botteln, ja? Ja. Oh, ne. Oh, ne. Das geht doch gerade. Oh, keine heiße Luft. Die Konzentration, die hier im Set vorherrscht, ist für mich greiflich. Wir werden hier voll unter der Zeit. Ich krieg keine Karomie, keine. Ich krieg Kuchen. Es liegen Äpfel raus. Es ist Wahnsinn. Nur Äpfel kriegen wir. Ja. Millie Äpfel.